Am Microtech Stand geht es natürlich auch ab. Das ist jetzt hier noch ein bisschen die ruhige Seite. Dann hier ist hier die Registration und Abrechnung. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Hier wird der Papierkran erledigt. Wir gehen mal links rum. Hier kommt es gar nicht bis an die Messe. Die Leute stehen hier einmal drum rum. Hier mit dem Chef zu tratschen. Ich kann es sehen. Ich verstehe es. 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 Hier sind natürlich die Fans. Hier ist die Schlange. Hier ist die Schlange. Und das geht dann da einmal außen rum. Und dann werden hier die Customs abverkauft. Das ist unglaublich. Hier geht es dann ab. Geschäfte per Handschlag. Messer raus. Kohle auf dem Tisch. Handschlag. Next one. Ja, so wird es hier auf der... Kein Vergleich zur IWA. Hier ist Business. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. zwischen der anderen Seite. Jetzt werde es auf der ganzen Welt.